hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich möchte dir heute hier diesen toyota prius xl tuning edition heute euch vorstellen finde ich ganz coole sache natürlich hier dieser mod ja er kostet uns so jetzt da steht hier 32.500 euro und 1657 leasing wir haben hier 120 km h höchstgeschwindigkeit sind hier eingetragen und wir haben hier an 90 liter tank ja so viel für prius und wir haben hier 121 ps entsprechen hier 89 kw wir haben hier farbwahl wie wir sehen da kann man uns hier uns ein bisschen stellen wie wir gerne möchten dann haben wir jetzt hier also stock bereifung dann hier also tuning das liegt in keilform und dann können wir uns hier ja hinten eine hängekupplung hinzufügen oder entfernen das finde ich ganz coole sache das ganze ja ich habe jetzt zwei mal gekauft einmal jetzt sehen hier also im blau steigen wir mal ein ja wir haben hier also ic-control da können wir jetzt hier drücken hier das fenster zu machen oder wieder aufmachen aber leider ist hier bei den ic-control kein ja wie soll ich sagen sound verbaut also nicht simple ic sondern ic-control also für leute was es nicht kennen also braucht man separat kein also mod dafür drin sondern das ist nur bei simple ic nicht bei ic-control da kann man das jetzt da hier wenn man die lehrtaste drückt dann kommen hier die punkte hier vor das ist schon sehr alt das das gab es schon in 15er ich weiß nicht ob es das schon 13er gab keine ahnung wir haben jetzt hier drin so ein schickes display mit navi hier drin spiegel hier wie man sehen sind vorhanden und mit funktion ja dann sind wir hier armatur ist digital das ganze mal ist ein bisschen ungewohnt das vor ein daher nix ist ja also dass hier das fehlt das ganze pedal wie man hier sehen ist in automatik ist funktioniert hier in der mitte haben wir uns griff für die automatik ja ich bin da irgendwo jetzt rauf gefahren glaube ich habe das andere auto leicht gerammt wir fahren einfach jetzt mal mit uns im prius natürlich hier auf das ist immer hier wie die weite kollision vorgeht so so finde ich das modell ist ganz schön schick bisschen blöde finde ich dass der standard pickup sound hier drin ist und kein anderer sound so dafür dass es ja ein hybrid sein soll also sehen unten her leider hier so er nichts gemacht so her schade irgendwie wir haben also eine komplette geschlossene bodenplatte so von der seite her finde ich so ja sieht er ganz gut aus gemacht finde ich irgendwie die kollision geht weit vor so jetzt fahren wir mal retour sehen wir hier rückfall licht haben wir ja wir werden auch relativ schnell bremslicht sehen wir hier auch funktioniert wir machen jetzt einfach hier mal unser licht test ja eine beschreibung steht er hat irgendwie einen kleinen fehler steht einmal da soll irgendwas mit dem licht zu tun haben wir schauen uns das natürlich nachher noch in der lockt an haben wir das tagfall licht mit keinen scheinen vorne dann hier das normale licht wie wir mal sehen jetzt hier mal die linke mal schauen dass wir jetzt hier hinten mit vorne da sogar die rücklichter also mit blinken ich hätte gedacht eigentlich ja das nur also der blinker blinkt aber blinkt mehr also wenn man sieht das normal rücklicht so her hätte gedacht dass jetzt denn nur das was mir jetzt der blinken sieht blinkt mit blinkt sondern jetzt bringt ja alles mit das ist ein bisschen irritierend weil das macht er allgemein so dann jetzt schauen wir mal rein also wir drücken einmal f zwei mal drei mal vier mal mal mit nun mit fünf nun mit sechs haben wir ja vorne unten sind wir wieder hier unsere tagesschicht natürlich wieder über so den stellen wir jetzt einfach mal hier auf die seite das biebsen ist ein bisschen sehr laut finde ich möchtet wissen ob es dann euch wehtut wenn ihr kopfhörer aufhaben tut tut mir dann wirklich sehr leid jetzt sehen wir ja die reifenspuren funktionieren so dann haben wir jetzt hier uns ein attacher der funktioniert haben auch ein nettes gespann wollen wir uns eine kleine probefahrt mal mit jetzt ein hänger hinten dran das ist der ja auch in keilform also ich hab mir gedacht ja passt ganz gut mit hängerkupplung weil die meistens e nach unten das drückt das sind meistens 50 oder 75 kilo stützlast ja jetzt haben wir hier mit dem leeren hänger muss man auch noch so sagen 90 kmh bergauf lässt sich soweit das ganz gut fahren 108 120 da ist unsere höchstenschwindigkeit bremsen ja geht ganz gut passt auch soweit das und ich würde mal sagen jetzt schauen wir uns einfach mal die lok an was sich der motor da gemeint hat und jetzt dann natürlich jetzt unsere lok ok wir haben da eros drin wie wir sehen meistens hat das irgendwas mit licht finde ich zu tun wie meine erfahrung ist also dass wir haben auch dass irgendeine datei zu groß auch ist wie wir gerade hier sehen das hat schon mal was irgendwie zu tun so das steht dann da ja das hier also chateau big die sollt die ist jetzt 26.836 hp groß und und sollte nur 16.384 groß sein als es eine datei zu groß und ja und dann haben wir hier diese aero drin wie wir sehen und ja es kann meine achten sein dass das irgendwas vielleicht mit also vielleicht dass irgendwas mit diesem tuning zu tun hat wir können jetzt dann noch mal reinschauen so da haben wir ja das gute stück dann können wir ja schauen das hat irgendwas ja wie man sehen das mit dem aero das hat was mit den reifen zu tun mit dem stock wie man hier sieht also wenn ich den hier klicke dann geht es das aero immer weiter rauf mit der kupplung eigentlich weniger das hat nur was hier mit denen zu tun wie wir hier sehen tja das war es also weiters wo ich so meine vermutung habe wie gesagt ich bin ja kein motto ich hoffe euch hat natürlich hier mein video gefallen wenn ja lasst doch einen daumen nach oben da würde mich natürlich freuen hiermit sei dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer franz ciao ciao